Ich liebe Shopping. Eine große Auswahl und ein günstiger Preis sind mir dabei wichtig. Deshalb kaufe ich am liebsten bei Lesara. In dem geprüften Online-Shop bekomme ich immer Top-Produkte zum besten Preis, habe 30 Tage Rückgaberecht und meine Daten sind dort sicher aufgehoben. Jeden Tag gibt es hier neue Top-Deals und auf die wöchentlichen Themen-Events freue ich mich besonders. Als Neukundin kann ich mich ganz einfach registrieren. Entweder mit meiner E-Mail-Adresse oder ganz unkompliziert mit meinem Facebook-Account. Wenn ich etwas Bestimmtes suche, kann ich es leicht über die Kategorienübersicht finden oder ich tippe es oben in der Suchleiste ein. Dieses Shirt will ich unbedingt haben. Zuerst wähle ich meine Lieblingsfarbe, dann noch meine Größe. Jetzt lege ich das neue Shirt in den Warenkorb. Ich kann entweder direkt bezahlen oder noch ein bisschen weiter shoppen. Ein guter Freund von mir feiert nächste Woche Geburtstag. Ich kaufe ihm am besten einen Geschenkgutschein. So hat er jederzeit die freie Auswahl. Bei meinem letzten Besuch auf lesara.de habe ich mir außerdem eine Uhr auf meiner Wunschliste gespeichert. Ja, die würde mir gut stehen. Heute kaufe ich sie auch endlich. Jetzt habe ich alles und kann bezahlen. Als eingeloggte Kundin ist meine Adresse hier schon gespeichert. Als nächstes wähle ich aus, wie ich bezahlen möchte. Das Tolle? Ab einem Warenwert von 40 Euro bekomme ich die Versandkosten geschenkt. Jetzt nur noch ein letzter Klick und meine neuen Lieblingsteile sind endlich auf dem Weg zu mir. Wenn mir einmal etwas nicht passt oder einfach nicht gefällt, kann ich es natürlich zurücksenden. Der Rücksendeschein ist schon mit dem Paket und das Ausfüllen geht super schnell. Das Paket kann ich dann einfach bei der Post abgeben und wenn es bei Lesara angekommen ist, erhalte ich sofort mein Geld zurück. Sonst noch Fragen? Dann kontaktieren Sie einfach den Lesara Kundenservice. Aber jetzt erst einmal auf ins Shopping-Abenteuer. Alles, was Sie lieben, zum besten Preis. Auf lesara.de Lesara, jetzt auch als App.